ja hallo und herzlich willkommen zur neuen ausgabe daily von schocki banuki deine tägliche dosis angeber wissen womit starten wir heute wie immer mit dem geburtstagskind oder ja am 25 märz hat geburtstag wer unser wladimir klitschko wir sagen ganz herzlichen glückwunsch an dieser stelle aus er wurde am 25 märz 1976 geboren ja da kriegt er gerade richtig eine reine also hat er ein paar kämpfe verloren er hat er wurde bestimmt auch mal er hat bestimmt auch mal verloren aber entscheidend ist ja auch nicht ob er verloren hat oder nicht sondern papalapapp sondern viel wichtiger ist er wurde mehrfacher weltmeister im schwergewicht und zwar nach ibf wbo sowie im bio und der sascha erklärt uns erstmal was die abkürzung zu bedeuten ist der internationale box organisation stimmt und der rest ist ja selber ja genau und am 25 märz war es ja auch so dass die ddr von der sowjetunion als souveräner staat anerkannt worden ist also das war 1954 okay ja und die ddr war ja dann längere zeit zeit land ja so ein eigenständiges im grunde schon verstehst du ja was war noch am 25 märz ich glaube da haben wir noch ein geburtstag ne und zwar hier mit der elton die alte brillenschlange 1947 elton john wird geboren kennst du lief von ihm ja ich kann nie von ihm zum besten bringen soll ich singen oder was ja klar goodbye miss rose you were the greatest and it seems to me you lift your life like a candle in the wind das war shogi banuki daily deine tagesdose angeberwissen morgen wieder ohne mark hagenbeck wie lange kennst du den text den ganzen text oder was ich hab ihn extra gelernt cheerio miss sophie tschüssi kowski